Hallo, heute ein Schwung von Anastasia Mikan mit dem Driver 92 Meilen Schwunggeschwindigkeit auf 210 Meter Carry. Zwei Dinge, bitte einfach mal auf Ihren Kopf achten, für alle die denken, man muss den Kopf unten ruhig halten. Und jetzt im zweiten Segment nochmal schauen, wie ist Ihre Kraftentwicklung, das sind die drei Kurven rechts. Die obere Kurve für rechts-links erreicht jetzt hier das Maximum relativ stark. Dann ein normaler rotatorischer Anteil und jetzt aber ein sehr, sehr starkes Abdrücken in den Boden rechtzeitig zwischen Arm parallel und Schläger parallel, sodass es auch noch für Schwunggeschwindigkeit wirksam wird.